Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu diesem Apcrime TV Video! Äh, Annäherungsversuch. Liebe Freunde, wir sind hier gerade, das nennt sich Media Park. Da vorne ist der Cine-Dome. Zeigen euch das gleich auch ein bisschen, aber erstmal zeigen wir euch ein paar Slomotakes, wie wir halt hier ein bisschen chillen. Kamera ab! Ja ihr seht, liebe Freunde, wir lassen es uns gut gehen bei so einem Wetter, das solltet ihr da draußen auch tun und da vorne, was wir auch gleich machen werden, kann man so Boot fahren und so schießen. Ich glaub ihr wart da für TV schon mal drin, ne? Genau, wir chillen mal da ein bisschen, zeigen euch so ein bisschen von da was. Let's go! So, wir sitzen jetzt in diesen Booten hier. Es ist wirklich richtig, richtig entspannt auf diesen Dingern hier zu sitzen, hinter mir der Djangole. Spanne! Ja, so weit komme ich aber auch. Wir müssen ja auch! Ja! Ja! Jo, du bist da! Hey, ich hab dich nicht getroffen! Pass auf! Ich hab Kameraein an! Jo, egal! Jo, hab dich! Aiii! Jo! Akkuaufladen! Shit! Rrrr! Tju! atashalbkaisin inspiriert werden wird eigentlich nicht heraus shipen. So liebe Freunde, heute hatten wir einen sehr schönen Tag hier auf Apecrime TV. Liebe Freunde, ihr kennt das Prozedere, wenn ihr mögt, abonniert, wenn nicht, tut es bitte nicht, beschwert euch nicht später, ihr kleinen Wichser in den Kommentaren, wir sehen euch, wir sehen euch und wir kriegen euch, das war's, bis dann, tschüss.